ok jetzt schön glatt es sagt sehr gut aber das steht sagenhaft beschiss ich glaube ja jetzt spät schätze doch selber ab jetzt ja ich habe doch keine ahnung wo dieser würfel raus kommt da über mir das stimmt doch gar nicht ach so ok das wusste ich ja viel zu falsch also der würfel musste ja wie gut t zum skiller junge t zum versager warum ist die portal fläche eingefahren und warum bist du weiter als ich gerade auf wem bin ich gestorben was der fag und zum abschluss des tests doch irgend etwas stimmt nicht hat der tanz irgendwelche auswirkungen auf welcher tanz der sommer wollte ich wieder mal türsteher spielen eigentlich nicht sehr sehr schlecht apple ja gehen die kammer soll es gibt es auf maul sagt ich sollte mich selber schlagen ja und sonst so ist ja noch gar nicht viel zeit ich dachte schon zehn stunden gespielt geil und sonst so wetter verbrecherisch viel zu langsam entwicklung ist es grün braucht ihr etwas aufmunterung vielleicht hilft das du bist das beste roboter modell dessen entwicklung hier sei es je eingestellt hat es geht zum lucky luke alter wenn ich noch nicht sprechen wir müssen muss man auch nicht mehr also ok fertig was soll ich jetzt portal oder willst du einfach was war das denn ok das war jetzt blöd ja ich glaube das muss da hin sag mal willst du mich eigentlich geh weg da mit deinem oh mann wir können kooperieren aber das ist doch langweilig ja wir können es doch sein das ne das funktioniert so irgendwie ja das hat super geklappt so wo wo ach wir müssen dagegen fliegen oh sag da so einer leute ja fast herzlich im moment ich muss das auch mal richtig machen boah mann warum wie so so jetzt aber na danke weil ich gut bin ja ganz ehrlich so was ist das denn tut das weh tut das weh tut das weh aua tut das weh tut das weh ich glaube nein ähm loni ja guck mal dahin ich weiß nicht wie ich diese tests noch einfacher mache du hast nen würfel und du bist blöd verstehe ich nicht und zwar ziemlich nein das ich wusste doch was passiert aber du bist ja auch viel besser viel besser ich geb dich gleich wieder so ja ich seh ich seh halt ich geb gleich schon bombe juck ja das ist jetzt blöd du musst das da hochreiten und dahin ah warte so wir müssen den ich muss den test erstmal verstehen ja ich hab ihn schon verstanden ja mit ich meine ich du solltest den test jetzt mal verstehen und dann erklären so guck dir das mal an ja ich geh jetzt dahin ja und ja aktiviere das teil damit gehst du über die plattform hoch geh über die plattform hoch über die plattform wo da ah ok schnell du warst so schnell so jetzt toll zum abschluss dieses tests muss man sich übrigens nicht ich muss nicht crushen weil du den test verstehst nein das ist ja so unfassbar so wir haben keine portale gesetzt ja ist gut lass mich das machen dann mach du das bitte nein komm jetzt hier lass das dem papa machen so ist doch der film oder das stromberg ding da ja 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 richtig hab ich zwar nicht geguckt aber auch nicht vielleicht auch besser so ja warte das begibt sich auf unser niveau und fahr windows hoch wuhu ja ich bin gegen meinen schalter geflogen hat er was gebracht er ist jetzt orange tipptopp ja ja dieses rot heißt dass ich gewonnen habe ja nein nächster schalter ach man ich bagger an der ecke fest nein nein du bist ich bin in der scheiß Ecke fest gewagt ich leg den Kopf noch es war die ecke sie war gemeint zu mir auch mal jetzt wie oft werde ich dieses Lied heute noch singen zum Maul und komm jetzt Ilja du Nudel kann ich hier gegen springen ja huge success ok genau schön auf dem Fensterframe landen sag mal was kannst du eigentlich T zum optimal ok jetzt pass auf pass auf boom meine Fresse ja und jetzt kein Portal ja das ist blöd springen wir nochmal gegen ich hab eine viel bessere Idee wir haben einen Würfel stimmt geht es mit Würfel ja klar hier durch diese Tür musst du durch die Tür siehst du die Tür siehst du die Tür welche Tür ich seh sie nicht mal kannst du die mal bitte markieren ja bitte ach diese Tür ach so die hässliche Situation dass das der Ausgang ist das hier das hier das hier das hier siehst du siehst du siehst du siehst kannst du mal die Decke markieren ich war ich bin ich bin ich sicher ich glaub das da das war sehr sehr schlecht ok warte ohne nein 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 ich krieg das hin ich krieg das hin warte 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 ach komm schon nein hat der es nicht das Spiel ist kaputt ach komm jetzt was soll denn das leck mich am Arsch blödes Scheißspiel so ich nehme deinen Kackwürfel das gibt's ja auch gar nicht da muss er dagegen springen super genau wenn ich dagegen schaue na klar spiel leck mich drück jetzt hast du heute noch was vor oder ich mach alter wie schlecht alter wie schlecht ernsthaft ich wollte es nur aus ja ja das ist doch ja das ist doch ist mir egal ich hab gewonnen wuuu so wir schauen jetzt an was Ilia macht wir haben die live Ilia Cam oh mach das richtig mach das richtig mach das richtig es sieht verdammt schlecht aus verdammt schlecht aus er markiert eine Tür er markiert die Tür gut und der Würfel fliegt und der Würfel fliegt und das ist das Ding das ist unglaublich 1-0 für den Fährverbrecher 2-0 das war 2-0 doppelt Johnny los boah fuck sind wir gut hat ja nur 10 Minuten gedauert die ist auch oft ich freu mich schon auf die Gelaufgaben dann wir machen keine PR Gags wir machen IA Gags wo hast denn den jetzt hergeklaut bitte TeamSpeakChat komm lass mal so stehen mach einfach weiter als wäre nie irgendwas geschehen für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden keine Aufregung sie nützen niemandem sie sind völlig langweilig und wertlos dies ist ein Experiment um herauszufinden wieviel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente die richtige Antwort was soll dieser für Elefants man achso oh man du kannst doch gar nix ich drücke diesen Computer ich drücke ihn es passiert nichts tut das weh tut das weh Johnny du tust weh ja und du machst Züge ne wem tut es am Ende mehr weh dem Zug ja der ist jetzt doof ne ach da ist ne Portalfläche ne die tut nur so das kannst du ja auch nicht wissen wuuu super so nah werde ich Sex in meinem Leben nie mehr kommen ernsthaft ja welcher Spruch war jetzt schlechter ich glaube beide ne ja richtig nic gelöp Clean okay wir kommen zurück das ist ja schonmal das Anfang oder ein Portal Optional le monst mal gucken Aber ganz ehrlich, das ist doch das reinste schlechte Sprüche, wenn man sagt, er... Kannst du? Nee, echt nicht. Ilia beats the Goat Simulator. Meldrescher. Nein. Ich war so stolz da gestern drauf, wirklich. Ganz ehrlich. Alles ist in der Hinterlands-Zeitung übrigens. Ich musste mir heute auch noch dafür schlechte Sprüche ausdenken, ja? Ach geil. Ja, wir haben ein Portal. Was machen wir jetzt damit? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja doch, ich weiß es schon. Du bist noch ein bisschen doof. Ja genau, ich wieder. Natürlich. Da ist ein Knopf. Das habe ich jetzt auch gesehen. Das habe ich schon gesehen, bevor dieser Raum gestartet hat, Junge. Ja Hipster, du hast es gesehen, bevor es cool war. Jetzt komm zurück. Ja, ich habe es auch bemerkt. Äh, warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Moment mal. Was kannst du überhaupt nicht... So, dann setze ich mal ein Portal her, das hier mir noch egal. Vollidiot, das ist meins. Ja, du kannst doch da eins wieder setzen. So, was du jetzt machst, du springst da oben lang. Warte, komm jetzt, jetzt, komm her. Das andere Portal packst du jetzt da hin. Nein, 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 ich weiß nicht, ob ich dich trauen kann. Ich denke darüber nach... Ich springe gegen den Knopf. Ja, ich habe es, ich weiß es, Junge. So. Du musst das richtig teilen, wir müssen das mal ein paar Mal probieren. Also ungefähr jetzt springen. Nein. Doch! Woop! First Try. Leute, die sind die Besten. First Try, erstmal trocken. Da! Das kannst du echt nicht machen. Nein! Damn! Die Motherfucker, die! Okay, komm. So was von... Ja, das ist... So. Der sitzt, Knastbruder. Wo muss ich... Kann sich doch kein Mensch angucken. Nein. Hallo. Hi. Tschö. So, jetzt mal ehrlich, wenn wir diesen Laser gesetzt haben... Was aktiviert der überhaupt? Mal gucken, was aktiviert dieser Laser? Boah! Du bist so lacker. Ich bin so geil. Haben wir es kaputt gemacht? Du stehst hinter mir! Ich seh dich! Ich seh dich! So, fertig. Dead Ass, okay, ja? Ja, warte, das bringt uns schon was. Moment. Ich probiere es mal kurz. Wehe, okay. Oh, jetzt! Ich habe zu spät reagiert, ansonsten hätte ich weggezogen. Glück gehabt. Es ist T zum, äh, Langsam-Checker. Ja, du bekloppte. Jetzt, äh... Wenn du dein Portal hinsetzt, dann kann ich da... Kann ich bestimmt irgendwas durchlasern. Ja, 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 ja. Ja, es war nur ein Vorschlag, ne? Immer mit der Ruhe hier. Ja, jetzt zieh deinen Laser da durch, du. Ja, wohin? Stopp! Drück doch mal Tab! Ja. Merkst du selber, ne? Ja, wo ist dein Portal? Ja. Ja, wie soll ich da hinkommen? Ja, das ist mir egal. Das ist dir egal. Aha. Ja, so. Au! Warte, jetzt. Stopp. Moment, Moment. Moment. Ja, okay, so. Kann ich dich noch tiefer setzen, das Blaue? Stopp, jetzt! Mach das Ding zurück. Ja, Moment. Bist du inkompetent, oder? Hört, jetzt! Sag doch mal an! Ja, nein! Das geht gegen eine Kiste. Guck doch! Au! So, jetzt besser! Ja. Moment, 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 Moment. So. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Stopp! Jetzt bleibt doch so! Jetzt ist es kaputt gegangen. Wie? Ja, ist das blöd. Ja, das Ding hat angehalten. Jetzt kannst du auch durch. Das glaube ich jetzt nicht! Was machst du denn? Was machst du denn? Ach so, das muss ich halt richtig wissen. Natürlich, jetzt auch selber gecheckt, was ich machen muss. Ich bin vielleicht blöd, aber... Ja, wohl. Es muss erst mal reichen. Authorized personal only. T Punkt, äh, Loni. Als ich gereimt habe. Das... Och, nee. Das ist so ein Kappes. Okay, okay. Drei. Eins. Los! Yes!